Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Hallo. Hi, läuft hier. Ja, wir haben ja, ich habe ja jetzt in der letzten Folge so den Weg so ein bisschen, bisschen weiter abgebaut, bisschen fertig gemacht, war Farmen. Ähm, jetzt mache ich so kleine Schönheitsausbesserungen. So, ja. So ein bisschen die, na, obwohl der Sand kann eigentlich bleiben. Machst du noch irgendwas an dem Gebäude hier? Ausleuchten. Ja, außer ausleuchten jetzt hat hier irgendwie. Wollten noch den Küchenboden anlaufen. Zaun außen rum, Garten oder sowas. Garten, nee. Garten nicht, okay. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Haus hin. Du könntest, äh, äh, ne. Ähm, äh, haben wir irgendwo, ähm, Lindesack habe ich hier. Haben wir irgendwo weiße Wolle. Weiße Wolle? Außer bei den Schafen. Äh, nee. Ohne zu scheren. Nee, haben wir jetzt gerade nicht mehr. Außer, ein Skelett hat mir in die Brust und, ey, wo in der... Ah, was ein Glück der Skelett hat. Da hat mir beinahe eine hintere geschossen. In die hintere? Ja. Das kann durchaus mal vorkommen. E, für was brauchst du? Wegen der Küche. Wegen der Küche? Weil da ja noch anderer Boden reinkommt. Ah, machst du einen Wollboden oder was? Ja. Okay. Boah, ich brauch schwarze Wolle und weiße Wolle. Okay. So, den habe ich. Dann will ich hier noch einen Weg nach unten bauen, der dann hier hinführt. Weil du hast ja gesagt, du baust hier nichts mehr. So. So, dann hier. Kommt dann hier der Weg hin? Hier in der Ecke ist das Skelett gespawnt, wo du jetzt meinen Namen siehst. Ah ja, okay. Reicht diese Ausleuchtung? Ich hoffe es. Ich hoffe, damit diese Ausleuchtung reicht. Wenn überall eine Ausleuchtung von mindestens 8 ist, dann müsste es reichen, ja? Ne, ich nehme in der Küche zwei Fackeln. Ja, dann sollte das eigentlich reichen. So, und dann geht es hier auch wieder runter. Ist ja auch nicht besonders groß. Hm, was ist nicht groß? Die Küche ist auch nicht besonders groß. Ja, muss ja nicht. Ich sehe dich. Du siehst mich. Ah, dann bauen wir dann. Na ja, gut. Dann hilf mal mal, ich schaffe da hier. Ach scheiße, jetzt ist da der große Baum, ne? Ja. Ach, egal. Bauen wir ab. Oh, das ist ja ein gigantischer Baum. Ich glaube, den wäre ich eher anzünden müssen. Nein, mein Haus! Ja, das kann durchaus passieren dann. Oh, ich will dann wieder auf. Ich, ich baue gar nichts. Du hast mir ja nicht geholfen. Jetzt könnte ich gerade wieder sagen, guck mal, man hat dich gehört. Was? Hat doch Ewe, mein Gaul hat doch Ewe. So, dass du da immer Gaul, dass du sagst, das ist ein scheiß Esel. Ein Esel! Okay, das ist ein scheiß Esel. Ein Esel! Okay, scheiß Esel, hässlich. Hast du ein Name im Schild? Ne, hab ich... Hast du gehört? Ne, hab ich nicht. Oh. Dann warten wir halt nochmal. Achso, du meinst, ob ich den Esel gehört habe? Ja. Ne, ich höre den als nicht. Ich höre den als nie, wenn du sagst, der Esel hat gerade was gesagt. Warte mal. Ich hab mir deinen gehört. Dei Ross. So mal einhören. Ich glaube, ich bin gar nicht so nah, dass ich denn so höre. Okay. Ich gehe mal pennen. Okay. Lass mich allen Ernstes nicht gesehen. Hm? Ich hab nicht auf dich drauf geachtet. Es kann sein, dass ich an dir eben vorbeigelaufen bin. Du, wie ich überhaupt stehe? Ist doch egal, komm, leg dich im Bett. Im großen Haus hab ich mich in die Ecke gelegt. Ja, das hab ich gesehen, dass du in der Ecke stehst. Man könnte doch, äh... Gut gesagt, wenn man schleicht, kann man die Namen nicht sehen. Mhm. Ja. Leg dich ins Bett. Oder mal Zeit hier, ne? Also ehrlich. Mensch. Ne? Nein! Mein Gutzel. Geh so auf es. Ja, ich find's nicht. Ah, da ist es. Kennt ihr das? Wenn was auf den Boden fällt, ne? Dreck macht Speck. Ah, also. Hm. Oh, mein Frau ist durch. Dachte, die hätte das Zimmer verlassen. Sonst hätte ich das eben nicht gesagt. Ich wäre später aufgezogen. Oh, komm, lass mich später hören. Äh, warte mal. Bau weiße Wolle. Weil ich gesagt hab, Dreck macht Speck, Schatz. Weiße Wolle. So. Ich glaub, ich kann das jetzt doch so machen. Dass die Schafe schlachten, ich hab keine Schere dabei. Mach doch, was du wünschst. Lach das ganze Gehege ab. Achso, die, die, die. Nein. Alter, wenn du die Viecher killst, dann kill ich dich. Ich hab Level 10, Alter. Ist mir egal. Ich, äh, leg dich trotzdem um. Aber nicht, wenn du PC wär ein bisschen schneller laufen. Hörst du dich wie der Engel? Hol ich nämlich das bessere Schwert raus. Mach ich dich trotzdem noch platt. Geh ich in den Game Mode. Ist mir egal. Ja, ja. Aber mach ich Game Mode Schlacht. Wer gewinnt. Game Mode, geh Game Mode. Da würd ich das mehr taktisch machen. Ich würde da nicht direkt dich angreifen. Ich würde nicht direkt dich angreifen. Ich würde alles angreifen, das du je gebaut hast. Und zwar mit Dynamit. Und bevor du irgendwas bei mir machen kannst, hätt ich dann dich vom Server gebannt. Ne? Ja. Und dann hast du Pech gehabt. Ja, das ist Schlachtgrat. 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 Ne, hör ich nicht. Schlachte sie. Hm. Dann musst du mir wieder neue beschaffen. Guck. Ich hab sie alle geschlachtet. Mhm. Musst dir angucken. So? Als ob. Das würdest du gar nicht riskieren. Du weißt, wie nachkrank ich sein kann. So. Jetzt haben wir hier einen Weg. Dann kommt hier auf jeden Fall auch noch ein Büdchen hin. Hm, hm, hm. Erde. Ah, ich muss ganz kurz mal raus tappen. Also nicht wundern. Okay, passt alles. Ich muss dir eben bloß mal gucken. Alle dann. Die hatten ganz schön viel Spaß. Wer hatte Spaß? Schäfscher. Ah. Verwandten zu verlieren. Guck mal, ich bau grad hier den Weg weiter. Und ich glaube, ich weiß... Du musst allerdings dein Haus ein bisschen einbauen, ne? Mit Erde. Weißt du, wo sich die Zombies rumtreiben? Kann man die Mob-Farm nicht irgendwie ausleuchten? Ausleuchten? Ah. Welche Mob-Farm? Ah. Meine. Pilz-Farm. Äh, nee. Weil dann logischerweise die Pilze nicht wachsen. Ganz klasse. Warum? Was stört dich denn an meiner Mob-Farm? Welch? Ja, ja. Meine. An meiner Pilz-Farm. Die Monster. Das ist falsch. Die Monster stören dich. Der Reckensort. Loll. Du musst ja halt noch nicht reingehen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Warum gehst du da rein? Wegen den Monstern. Ja, dann bist du selber schuld. Ah, ah, komm doch her. Die Litte ist so scheiße. Weißt du das? So. So, jetzt haben wir hier noch den Weg. Sieht einfach durch. Guck, siehst du? Alle geschlachtet. Ich seh's nicht. Was? Das sind zwei Schafe, alle weg. Weißt du, was ich mit Leuten mache, die mich verarschen wollen? Warte, jetzt ist es gut. Ich hab das starke Schwert gehabt, ne? Ich hab das starke Schwert. Ja, jetzt ist gut. Wieviel hast du noch? Wieviel hast du noch? Alter, du greifst mich immerhin noch an, ne? Obwohl du gesagt hast, das ist gut. Jetzt nimmer. Ich hab noch, ähm, ich hab grad mal drei Herzen verloren, dreieinhalb. Alter, ich hab vier Herzen noch. Und du hast fast meine Rüstung zerstört. Tja, mach dir Gedanken. Hätte ich die Rüstung mit an, wär ich tot. Hm, definitiv. Guck mal, mein Weg, ist der nicht toll? Jetzt hab ich auf beiden Seiten einen Weg gebaut. Ähm, welchen Mann der toll ist? Hm. Nee, wenn das drum ist, ne? Ähm. Guck hier, komm her. Vor's Haus. Vor Mainz. Ich bin da. Ich bin hinter dir. Möchtest du mal das Schönes? Hm. Möchtest du mal dein Gehege? Ähm. Warte. Jetzt ist er schön. Ah ja. Er ist halt... Reparier mal dein Gehege. Da. Okay. Komm, schwarze Eiche. Hm? Ist das Falsche? Müsste eigentlich das Richtige sein. Eiche. So. Dann hätten wir das Eck da hinten auch gemacht. Jetzt will ich mir das irgendwie von oben mal angucken. Glanzdatz dem hin. Ah ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus von oben. Dem Karnickel auf dem Feld. Ja, auf dem Weg. Hier muss ich noch ein bisschen austauschen. Das muss ich ein bisschen dicker machen. Dann ist das hier jetzt weg von mir. Und dann lasse ich hier auch nochmal einen Weg durch. Da muss ich die Treppe ein bisschen nach vorne verschieben. Das müsste eigentlich alles funktionieren. Ab ins Wasser. Quatsch. War voll die Bombe. Der Arschklatscher. Ist kein Wasser mit drin? Hm? Wo? Wo du reingesprungen bist. Doch. Aha. So, dann mach ich das hier. So, dann mach ich das hier. Wenn du den Bademeister nicht rausschmeißt. Hm, hm, hm. Hier runter? Ich glaube, ich mach hier runter. Bin jetzt gerade voll im Wege bauen, ne? Kann schnell Wege bauen. Ich finde es gerade voll, voll abwechselnd. Mal nur Wege zu bauen. Ach, Quatsch. So. Bitte? Was war denn das eben? Nix. Na ja, wenn es nix war. Dann war es ja nix. Genau. Oh, da ist ein Zeh drunter. Schön. Wusste ich gar nicht mehr. So. Oh, du hast keine zwei Zäune. Hm? Du hast keine zwei schwarz-eischen Zäune. Hm, nein. Ich hab dir meine Zäune eben gegeben. Wie du. Fehlen ja noch zwei, deshalb. Die hast du wahrscheinlich noch einstecken. Nee, mein Evi sind sie denn. Ich guck jetzt mal an den Truhen. Vielleicht liegen sie noch da irgendwo. Ich hab ja jetzt nicht spezifisch alles aufgesammelt, was da lag. Da liegen meine Zäune. Ich sag ich doch. In den Kisten. Ach, verdammt. Verbaut. Hallo? Schon wieder? Was? Verbaut. So. Ah. Nimm man da und die falschen Steine, was? Alter. Denk dich ab, gell? Ja, zu blöd zum Bauen, gerade eben. Hm. War ich das nicht immer? War ich das nicht immer? Ihr darf das ruhig einmal passieren, do. So, dann. Hier noch. Das mach ich auch weg. So. Ja, ja, ja. Ah. Huch. Das. Das. Und das. Und das. Und das. Übrigens, warte, ey, wo hattest du? Volle Keulen, oder? Äh, nee. Doch, ja, nee. Keine Ahnung. Müsste ich in der Videoaufnahme, müsste ich ihn gucken. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Hat nämlich nur fünf Stück. Hm. Du willst dich jetzt bloß verteidigen, weil ich so stark bin. Also, wenn ich einen flüssigen, bitte hab. Nee. Flüssig soll er nicht sein. Ich wollte gerade sagen, schwimmt er da fort, oder was? Nee, das soll er ja nicht. So. Sind in dem Meer noch Tindefische? Okay, in dem See. Stimmt. Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Ja, es wird dunkel. Hm. Du merkst gerade, und die Folge ist rum. Darum würde ich jetzt sagen, denk dran zu abonnieren. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und tschüss, bis zur nächsten Folge von Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.